Heute sprechen wir über die Deutsche Fundbriefbank, eine Bank, von der die meisten bis vor kurzem noch nichts gehört haben dürften. Doch nachdem die New York Community Bank, ein großer US-Gewerbeimmobilienfinanzierer, ihre Risikorückstellung deutlich erhöht hat und die US-Finanzministerin Janet Yellen gesagt hat, dass es ein echtes, aber handhabbares Problem mit US-Gewerbeimmobilien gibt, ist auch der Kurs der Deutschen Fundbriefbank nochmal deutlich abgestürzt. Ich bin übrigens Luca und normalerweise mache ich vollständige Aktienanalysen, bei einer Bank traue ich mir das aber nicht so ganz zu, deswegen wird es heute ein bisschen knapper als sonst. Leerverkäufer hatten bereits seit Beginn der Zinswende ihre Short-Wetten auf die Fundbriefbank erhöht. Im Rahmen der jüngsten Äußerung haben die Hedgefonds ihre Wetten dann noch einmal erhöht. Und auch wenn die Analysten nicht davon ausgehen, dass die Bank pleite geht, sondern erstmal nur ein Ertragsproblem sehen, und um manche Hedgefonds, dass eine Kapitalerhöhung nötig werden könnte. Und dies wäre für Aktionäre auf dem aktuellen Kursniveau verheerend, während die Hedgefonds dann Millionen verdienen würden. Die Deutsche Fundbriefbank ist nun die deutsche Aktie, die am stärksten von Leerverkäufern verkauft wird. Die Short-Quote beträgt offiziell 8,47%. Da short-euro.com jedoch nur meldepflichtige Positionen ab 0,5% der handelbaren Aktien aufhört, kann man davon ausgehen, dass die Short-Quote doch etwas höher ist. Goldman Sachs besitzt ungefähr 13% der Aktien, wovon sie aber den größten Teil verleiht. Das könnte also ein Hinweis darauf sein, dass die Short-Quote vielleicht eher bei 12 oder 13% liegt. Die Panik an den Märkten veranlasste dann auch, die Ratingagentur S&P zu reagieren. Und zwar stufte sie die Fundbriefbank runter von BBB auf BBB- und damit nur noch eine Stufe über Ramschniveau. Der Aktienkurs der Deutschen Fundbriefbank stürzte daraufhin auch noch mal weitere 11% ab. Die Stimmung zeigt sich auch gut in einer Ewigkeitsanleihe der Fundbriefbank. Diese Anleihe muss die Bank theoretisch nie zurückzahlen und wird bilanziell als Eigenkapital geführt. Wenn die Bank also Verluste hinnehmen müsste, die das Eigenkapital aufzehren, dann würden die Anleihegläubiger leer ausgehen, während andere Anleihegläubiger aus der Insolvenzmasse befriedigt werden könnten. Hier steht man jetzt ähnlich tief wie bei Around Town damals auf dem Höhepunkt der Panik. Wenn dir das Video bis hierhin gefällt, freue ich mich auf dein Abo für weitere spannende Aktienanalysen. Die Fundbriefbank selber reagierte mit zwei Pressemitteilungen. Zum einen wurden vorläufig die Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht, wonach bei erhöhter Risikovorsorge von nunmehr 210 Millionen Euro für das abgelaufene Geschäftsjahr trotzdem noch ein Gewinn in Höhe von 90 Millionen Euro verbucht werden konnte. Der Gewinn des vierten Quartals geht also jetzt komplett in die Risikovorsorge. Damit hat man insgesamt eine Risikovorsorge von ungefähr 600 Millionen Euro. Zum zweiten sagt die Bank, dass sie über eine sehr hohe Liquiditätsdeckungsquote verfügt und ihren Refinanzierungsbedarf für die nächsten sechs Monate bereits gedeckt habe. Erst kurz vor der Krise der New York Community Bank hatte man neue Kredite über fast 100 Millionen Euro vergeben. Doch auch die Versicherung der Liquidität führte nicht zur Entspannung. Obwohl die Kredite größtenteils laufzeitkongruent mit der Refinanzierung der Bank fällig werden und man aus laufenden Refinanzierungen daher wenig echte Refinanzierungsnotwendigkeit sieht, schaut man beispielsweise auf eine Milliarde an Tagesgeldeinlagen. Würde hier Panik entstehen, könnte dies durchaus zu ernsten Problemen führen. Hier ist also eher die Panikmache das Problem, denn wie jeder weiß, übersteht eine Bank einen Bankrun nur schwer. Die Bank plant weiterhin, sich zukünftig verstärkt bei Privatkunden zu finanzieren, allerdings vornehmlich im Festgeld. In der aktuellen Situation nach Verschlechterung des Ratings würde ich diesen Weg auch gehen und eher die Festgeldzinsen etwas erhöhen als neue Anleihen zu begeben. Hier kann sie günstigere Konditionen erzielen. Doch wenn es nicht an der Refinanzierung scheitert, wie ausreichend ist dann die Risikovorsorge der Bank? Sorge machen natürlich vor allem die sogenannten Non-Performing Loans. Hier geht es um Kredite, bei denen der Darlehensnehmer einen Zahlungsausfall verzeichnet hat. Man sieht, dass die Menge der Non-Performing Loans deutlich zugenommen hat und vermutlich auch noch weiter zunehmen wird. Manchmal ist das ein Problem, manchmal nicht. Da kommt es dann auf den Beleihungswert und den Liquidationswert des hinterlegten Fundes, also der Immobilie, an. In der Regel dürfte man den größten Teil des Kredits doch noch zurückbekommen. Manchmal jedoch, beispielsweise bei Entwicklungsprojekten von SIGNA, wo die PBB wohl auch einen dreistelligen Millionenbetrag im Feuer hat, oder bei besonders schwer von Abwertung betroffenen Büroimmobilien in den USA, kann jedoch nur ein Teil des Darlehenswertes erlöst werden. Und den Rest, den müsste die Bank dann als Verlust hinnehmen. Insgesamt hat die Bank Hypotheken im Wert von 4,9 Milliarden Euro in den USA vergeben. 80 Prozent davon im schwer betroffenen Office-Bereich. 600 Millionen davon gelten bereits als Non-Performing-Loan. Bei den restlichen 4,3 Milliarden Euro Hypothekenwert liegt der Beleihungswert bei 90 Prozent, der Darlehen unter 70 Prozent. Bei einem weiteren Wertverfall von US-Büroimmobilien von 30 Prozent müsste man also voraussichtlich nur einen Teilverlust bei Krediten in Höhe von 400 Millionen Euro hinnehmen. Um konservativ zu schätzen, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass bei den aktuell als Non-Performing eingestufenen Hypotheken 40 Prozent Verlust hingenommen werden müsste. Gehen wir großzügig von zusätzlichen 250 Millionen Euro Insignia-Entwicklungsprojekten aus, auf die wir auch 40 Prozent Verlust hinnehmen. Und bei den 400 Millionen Euro, deren Leverage über 70 Prozent liegt, auch nochmal von Verlusten von 20 Prozent. Dann würde die Bank Kreditverluste in Höhe von 714 Millionen Euro hinnehmen müssen. Die Rückstellungen betragen aktuell ca. 584 Millionen Euro. Das heißt, nicht bereits bilanziert wären ca. 130 Millionen Euro an Verlusten. Und das klingt für mich hinnehmbar und sollte in den nächsten zwei Quartalen aus dem laufenden Antrag kompensiert werden können, wenn die Verluste denn tatsächlich so auftreten. Achtung, das hier ist ausdrücklich keine Anlageberatung. Für die Richtigkeit aller Informationen kann ich genauso wenig haften wie für eure Anlageentscheidungen. Das hier ist nur meine persönliche Meinung. Und so kommen wir dann auch zum Fazit. Die Bank wirkt solide finanziert und angesichts des sehr geringen Kursbuchwertverhältnisses von 0,18 nach Abzug der AT1-Anleihen und der in normalen Zeiten attraktiven Dividendenpolitik mit Ausschüttungen von 75 Prozent des Nettogewinns sehr günstig. Die Risiken scheinen aus meiner Sicht unterhand der vorhandenen Daten ausreichend berücksichtigt. Der Hedgefonds Petrus Advisors ist der andere Meinung und verfügt unter Umständen über mehr Informationen als ich. Sorgen macht vor allem der Angriff der Hedgefonds und die Panik der Kapitalmärkte. Hier sehe ich das größere Risiko. Dennoch hat die Pfandbriefbank für mich ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Ich würde sicher nicht all-in gehen, da der Kurs auch noch viel weiter fallen kann, beispielsweise wenn das Management aus Vorsicht auf die Zahlung einer Dividende verzichtet oder die Aktie aus dem SDAX fliegt. Dennoch erhöhe ich meine Exposure schrittweise via Sparplan. Aktuell ist das Handelsvolumen auch deutlich geringer als zum Ende der letzten Woche und auch die Eröffnung des US-Handels hat die Unterstützung bei 3,68 Euro nicht mehr brechen lassen. Insofern wäre jetzt für alle, die noch nicht investiert sind, die aber Interesse an der Aktie haben, die Möglichkeit gegeben, eine erste Position zu eröffnen. Ich rechne jedoch nicht vor der ersten Zinszentrum in den USA mit einer substanziellen Erholung auf andere Kursniveaus. Wenn die Bank nicht von den Finanzmärkten kaputt gemacht wird, halte ich langfristig wieder Kurse von 10 Euro und Dividenden von 1 Euro für möglich. Dies entspräche einem Kurspotenzial von 169% oder einer erwarteten Dividendenrendite auf dem aktuellen Niveau von 27%. Sei dir bewusst, dass diese Aktie sehr viel riskanter ist als ein World ETF oder eine Blutschip-Aktie. Für mich persönlich überwiegen in vernünftiger Portfoliogewichtung dennoch die Chancen. Ja, dann danke ich dir schon wieder der Aufmerksamkeit. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch ein Abo da. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Alles Gute, bis dann. Tschüss.